Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Eines Tages betreten drei junge Männer eine Bar und gesellen sich zu einem hübschen Mädchen. Der erste, der sie beeindrucken möchte, schmeißt einen Teller in die Luft und schießt mit seiner Pistole genau in die Mitte, sodass der Teller in tausend Splitter zerspringt. Das Mädchen ist begeistert und sie fragt ihn, wie er heiße. Da antwortet er, mich nennen alle Teller Bill. Da kommt der zweite, schmeißt eine Münze in die Höhe und schießt mit seiner Pistole genau in die Mitte ein Loch hinein. Das Mädchen ist abermals voller Begeisterung und fragt auch ihn, wie er heiße. Da sagt er, mich nennen sie Münzen Bill. Da kommt der dritte Mann, reißt sich die Hose runter und an seiner wichtigsten Stelle hängen drei Penisse herab. Die Frau schaut noch einmal genauer hin und fragt, und du, wie ist dein Name? Da schaut der junge Mann ganz verliebt und meint, gestatten, mein Name ist Tschernobyl. Konfuzio sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.